Wann bin ich berufsunfähig? Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen Ihre letzte Tätigkeit gar nicht mehr oder nur noch teilweise ausüben können. Dies braucht nicht auf Dauer sein, muss aber mindestens sechs Monate andauern. Eine Krankschreibung allein reicht hierbei nicht aus. Es geht vielmehr darum zu verstehen, wie sich Ihre Beschwerden auf Ihre berufliche Tätigkeit auswirken. Können Sie hierfür Beispiele nennen? Gerne. Ein Bäcker zum Beispiel mit einer Mehlstauballergie, der kann auf Dauer nicht mehr als Bäcker arbeiten. Oder ein Dachdecker mit einer Schwindelerkrankung, der kann nicht mehr aufs Dach, kann seine Tätigkeit nicht mehr ausüben. Eine Büroangestellte zum Beispiel mit einer Krebserkrankung, die kann ihre Tätigkeit vorübergehend oder sogar auf Dauer auch nicht mehr ausüben. Auf welcher Grundlage treffen Sie denn eine Entscheidung darüber, ob jemand berufsunfähig ist oder nicht? Wir prüfen jeden Fall sorgfältig und individuell. Hierzu benötigen wir von Ihnen Auskünfte über Ihre Erkrankung, die bisherigen Behandlungen und auch Informationen über Ihre berufliche Situation. Hierzu benötigen wir insbesondere eine ausführliche Beschreibung, was Sie in Ihrem Beruf täglich gemacht haben. Sollten diese Informationen für eine Entscheidung nicht ausreichen, brauchen wir noch ausführliche Berichte von Ihren behandelnden Ärzten. Wie kann ich die Prüfung beschleunigen? Die Prüfung geht schneller, wenn Sie uns zeitnah informieren und gleich mit dem Leistungsantrag alle medizinischen Unterlagen einreichen. In den Medien hört man immer, dass Versicherungen im Fall der Fälle nicht zahlen. Stimmt das? Wir haben unseren Kunden, zum Beispiel im Jahr 2019, über 240 Millionen Euro an Berufsunfähigkeitsrenten ausgezahlt. Unsere Leistungsquote beträgt 77 Prozent. Externe Ratingagenturen bewerten dies hervorragend. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass unberechtigte Leistungsanträge abgelehnt werden müssen. Diese Verpflichtung haben wir gegenüber unserer Versichertengemeinschaft. Wenn Sie noch Fragen haben, schauen Sie gerne bei den FAQs auf unserer Homepage vorbei.